herzlich willkommen zur 99 folge von spin it up bald haben wir geburtstag unser 100 geburtstag und ein hohes spin was heißt noch ist ein 28er mit dabei jetzt gucken wir mal was wir jetzt in der folge noch rausreißen können und 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 Ein Screen zutert. Bäm, on the river. Barry Greenstein. Ace on the river. Oh, ist der der Tilt? Nip. Aber ihr müsst wohl, glaube ich, erst fünf Callen nach der Hand. Oh, vier. Oh, nach der Ante gerade passiert ist. Könnte es schon sein, dass ihr zu weit schippt. Schade. Auch da können wir nicht hinten. Nice auf. Oh, hier bin ich gerade nicht so zufrieden, was ich gerade so mache. Hey, das passt schon. Ist schon gut. Alles gut. Alles gut. Gib ihm die neun. Schade. Schade. El Negro. El Negro. Was hast du anzubieten? Also hier würden wir nicht C-betten. Ist gar kein gutes Board zum C-betten. Jetzt wird es Board schon ein bisschen besser zum C-betten. Oh, sick. Macht er gut gegen unsere Range, die wir da haben. Wir sind da so ein bisschen capped. Ah, wo... Ja, doch. Sick. Weil er kann es halt genauso mit einem Check spielen, aber genauso auch mit Draws spielen. Ah, da habe ich halt kein Read auf ihn. Das ist... Weil viele Leute machen es halt dann doch nicht mit einem Check, weil sie denken, ach, sie verlieren Value, aber... Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Okay, wenn er jetzt da so schippt, glaube ich, dass er einen Check gehabt hat. Das würde einfach dann zu dem Spielstil passen. Das ist einfach... Ah, Trips. Wenn er irgendein Pair hat, foldert er eh nicht mehr und ich bring's jetzt rein. So auf die Art. Und auch hier jetzt wieder... Naja, war ein guter Fold. War ein guter Fold. Oh, es läuft gerade irgendwie überhaupt gar nicht so gut. Nirgends einen richtigen Stack. Können ich 6 damit sehen? Mann, läuft nicht, läuft nicht, läuft nicht. Oh, das ist jetzt eine ganz, ganz schlechte Folge. Folge, die Folge 99. Nach... Thank you for the five. Am Anfang dachte ich, dass er halt hier relativ oft halt eine starke Hand schippt oder halt, dass er eine starke Hand mit dem Stack schippt, aber nachdem er es so oft gemacht hat, dachte ich dann auch, dass er halt sehr weit schippt und ich da auf jeden Fall 5er callen muss. 0% Equity. Echt schade, Mann. Boah, das ist 2. Das ist auch sowas. 0% Reshove. Aber Rays Folden ist halt auch kacke. Oh, 1 hat er den Jack am River gehittet. Ich bin mir so sicher. So schnell, wie er da bettet. Ich meine, manchmal ist schnell betten auch weak, aber in dem Fall ist es, glaube ich, strong. Aber kann natürlich ein Misread sein. Weiß man nicht so genau. Boah, ich werde gerade an allen Tischen gehauen, aber es sind halt schon wieder 3 Heads-Ups. Wisst ihr, wie sehr ich das mag? Nein, hier ist er nur noch bei dem Kleintchen. Okay. Ja, ich habe auch schon gezwei-outet in der Folge, aber doch nicht so eklig am River. Oh Mann, ist das eine Tolle. Ich glaube, wir schaffen es echt, dass wir ganz am Ende von, also jetzt nach den zwei Folgen, jetzt doch auf Null sind. Oh Mann, ein 42er, komm. Vielleicht holt uns das aus dem Tal heraus. Der Stern, 8er, rein damit. Rein damit. Dame 5, I guess. Aber das war sehr short. War sehr short. Okay, das ist jetzt echt ärgerlich. Es wäre so schön, das 28er gewonnen gewesen. Zack. Ich verstehe es nicht. Ich kann in den großen Dingen nichts gewinnen. Das will halt einfach nicht. Wenn wir uns mal den Graphen angucken, das ist... Zack. Wir sind halt wirklich runter auf 18 Dollar, wenn man mal das... das Rakeback nicht betrachtet. Das ist... Wir sind einfach broke even ohne Rakeback quasi. Ah, erste Hand schippen wir von dem Spin. Dann kommen wir mit As-4. Auch das verlieren wir. Schippen wir gleich die nächste Hand. Zwei in den Trenander. Ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Ich meine, das mit den 800 und 900 sieht jetzt vielleicht so ein bisschen tilt aus, aber es war halt die erste Hand vom Spin & Go. Das shippe ich. Und wenn ich dann gleich die zweite hintereinander shippe, dann sieht es halt wirklich so aus, als ob ich halt ein Gambler bin und so. Und werde halt viel zu light gecallt. Und ich denke, das ist Maxi-V-Play. Von dem her ist das alles gut, aber wie wir halt gerade jede einzelne Hand von ihren ist halt. Ja, wir sind jetzt auf null. Ja, vier Dollar. Wir sind auf null. Wir sind auf fucking null. Nice. Also selbst wenn wir jetzt das 42er gewinnen, das bringt uns halt auch nichts. So viel Hoffnung in die Folge 99 gesteckt. Aber wie gesagt, nächste Folge gibt es eine kleine Überraschung oder auch eine große Überraschung. Und das lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Da hat es wirklich gerade Ace, King und Queens gedodged. Ich hätte doch King Nein, oder? Ja. 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 Ich hätte dasi ein bisschen in die Folge. Ich hätte es nicht. Ich hätte das oder? Ja. Ich hätte es nicht. Ich hätte es nicht. Ich hätte es nicht. Ich ahne schon wieder ganz Böses. Ich bin einfach so grottenschlecht oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das immer geht. Wie die das machen. Einfach immer durchdanken und irgendwann halt Traps machen. Im Verlaufe des Boards. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie immer schön seine Hände zeigt, wenn er was hatte. Ja, du bist der Coolste und schon wieder bekommst Sixes. Das ist aber weggepickt. Spostel. Ja, da ist er weak. Raising muss direkt groß. Oh, er hat es. 8,5,6? Nee, okay. 8,7. Also wie gesagt, wenn er so klein bettet, dann ist er entweder ultra strong oder ultra weak. Und gegen das ist mit unserem Flashtor halt am besten direkt zu raisen, weil wir den Pot halt einfach oft so mitnehmen mit King High. Und wenn wir ihn dann nicht mitnehmen, dann haben wir immer noch gute Equity gegen jede Hand. Aber ja, ich sage nichts dazu. Hey, wir sind sogar minus drei. Minus drei. Oh, ist das traurig in der letzten Folge. In der vorletzten. Aber ja, in die letzte Folge einzusteigen. Mit minus Bankroll. Ah gut, wir haben ja noch zwei offen. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zwei Ex-Open raisen. Ups. 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 So, jetzt gucken wir, was er sich diesmal zusammenbaut. Der baut sich irgendwas. Irgendwas holt er sich. Okay, er braucht nicht mehr den River. Was ist das? 8-6. Queen-8. Ah, keine Ahnung. Rein damit und weinen. Checkraise folgt er noch. Nice. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Yay, wir gehen nicht mit Minus in die letzte Folge vor Rakeback. Wir sind 11 Dollar im Plus. Yay. Oh Mann. Ne, aber wie gesagt, also Rakeback ist das ganz, ganz Wichtigste in den Spins und das muss man auch auf jeden Fall zurechnen. Ich habe sogar ein ziemlich geringes Rakeback eingestellt von, glaube ich, 15%. Weil ich einfach nicht so ein hohes Rakeback auch bekomme. Also das ist auch das, was ich so grob bekomme. Aber das, wenn man halt, und das hatte ich auch schon gesagt, wenn man richtig grindet, also die Dinger richtig grindet, dann hat man auch eher ein Rakeback von 30% und das macht halt dann noch einen riesen Unterschied. Und Rakeback macht einfach einen großen Teil der Winnings bei den Spinning Cores aus. Das ist einfach so. Ups. Sorry. Es kann doch nichts... Ich muss jetzt raisen, sonst wird es Bord zu. Ich dachte mir schon, was will er denn großartig haben, wo er da nur so klein bettet, weil ein Ace würde da riesig betten am Turn. Sport ist viel zu droi, nachdem er so groß am Flop raced. Äh, Preflop. Ähm. Ja. Ist halt auch immer wieder geil, aber egal. Witzig. Ja, jetzt gucken wir mal. Come on. Ups. Jetzt wird er nämlich nicht noch ein Comeback machen lassen. Jetzt habe ich schon wieder 250 Chips. Chips any two. Splitput. Splitput. Schade. Nicht. Ähm. Okay. Gut. Das war die 99. Folge. Wir sind bei... 7 Dollar plus. Ne, 4 Dollar plus. Ne, 11 Dollar. 11 Dollar plus, ja. Und, ähm, beziehungsweise bei 68 Dollar plus. Und in der nächsten Folge ist dann die 100. Folge, da werden wir... Das wird eine große Resümee-Folge sein und, ähm, es wird noch eine Überraschung zusätzlich geben. Seid gespannt und bis dann. Ciao, ciao. Und... ... ... Vielen Dank.